Ja ihr Lieben, wenn es mir jetzt gerade wirklich wahnsinnig beschissen geht, ist so, will ich jetzt aber hier bei dem Träder schon mal gar nicht drauf eingehen. Ja, sie ist wieder da, MyLib, und hat wieder einen ganz bärenstarken Beitrag gemacht zu wie viele Geschlechter gibt es. Es wird noch ein bisschen aufgemundert mit ein, zwei Beiträgen jetzt heute noch aus dem normalen Wahnsinnsgeschehen. Ja, nee, mir ist es jetzt wirklich gar nicht mal so wohl, aber es hilft ja nichts, es hilft ja wirklich nichts, weiter geht's. Und, ähm, tja, scheiße, echt, äh, scheiße, 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 scheiße. Aber, äh, MyLib noch und hat weitergemacht, insofern, naja, gut.